Martinus Luther Martinus Luther war ein Christ, ein glaubensstarker Mann, weil heute sein Geburtstag ist, zünd ich mein Lichtlein an und sing ein Lied aus der Altenburg aus voller Brust heraus, so sing ein Zug Martinus auch als Kind von Haus zu Haus. Martinus Luther war ein Christ, ein glaubensstarker Mann, weil heute sein Geburtstag ist, zünd ich mein Lichtlein an und sing ein Lied aus der Altenburg aus voller Brust heraus, so sing im Zug Martinus auch als Kind von Haus zu Haus. Martinus Luther war ein Christ, ein glaubensstarker Mann, weil heute sein Geburtstag ist, zünd ich mein Lichtlein an und singt, zünd ich mein Lichtlein an und singt, zünd ich mein Lichtlein an und singt. Wenn heute sein Geburtstag ist, zünd ich mein Lichtlein an und singt ein Lied aus der Altenburg aus voller Brust heraus, so sing im Zug Martinus auch als Kind von Haus zu Haus. Mein Lichtlein an und singt ein Lied aus voller Brust heraus, so sing im Zug Martinus Luther war ein Christ, ein glaubensstarker Mann, weil heute sein Geburtstag ist, zünd ich mein Lichtlein an und singt, zünd ich mein Lichtlein an und singt. Und singt ein Lied aus altem Rauch aus voller Brust heraus, so sing im Zug Martinus auch als Kind von Haus zu Haus. Laterne, 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 Sonne, Mond und Sterne, brenne aus mein Licht, brenne aus mein Licht, aber nicht meine liebe Laterne nicht, denn die ist so schön, denn die ist so schön, da kann man mit in die grünen Wahl oder jeder nach, brenne aus dem Weg, bis jetzt nach, piff, pff, boof. Die Nütze Latte an, ich hab die so gern, du tanzt für die Sportin, das kannst du nicht unterten, wie Nütze Latte an, ich hab die so gern. Durch die Straßen auf und nieder leuchten die Laternen wieder, rote, gelbe, grüne, blaue, lieber Martin, komm und schaue. Sascha, du musst von mir. Ich trau jetzt ab, noch vor, die sind. Ich bin zu groß. Nein. Sascha, du musst noch mal sein. Ja, ich komm. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Martinus, Luther, war ein Christ, ein glaubenstarker Mann, weil heute sein Geburtstag ist natürlich ein Lichtlein an. Und sing ein Lied aus der Altenbaum aus voller Brust voraus, so dringend zog Martinus auch als Kind von Haus zu Haus. Martinus, Luther, war ein Christ, ein glaubensstarker Mann, weil heute sein Geburtstag ist, zünd ich mein Lichtlein an. Und sing ein Lied aus Altenbaum aus voller Brust heraus, so singend zu Martinus auch als Kind von Haus zu Haus. Laterne, Laterne, Sonne, Mond und Sterne. Brenne aus mein Licht, Brenne aus mein Licht, nur meine liebe Laterne nicht, denn sie ist so schön, denn sie ist so schön. Man kann damit spazieren gehen, in die grünen Wald, in die grünen Wald, wo der Jäger mit der Büchse knallt, piff, paff, puff. Da gibt's heute. Reichlich 400 Jahre am schönsten Martinsal, ist Martin Luther, geboren von Beblandingenbach. Er selbst ein treffiger Sänger, sang einst vor jeder Tür und ging von Hause zu Hause, wie wir es tun jetzt hier. Er zündete an, ein geherrliches Licht. Martin Luther war ein Christ, ein glaubensstarker Mann, weil heute sein Geburtstag ist, zünd ich mein Lichtlein an. Und sing ein Lied nach alten Rauch aus voller Brüste heraus, so singend zog Martinus auch als Kind von Haus zu Haus zu Haus. Ich geh mit meiner Laterne und meine Laterne mit mir, dort oben leuchten die Sterne, dort unten leuchten wir. Mein Licht geht aus, wir gehen nach Haus, da bin wir, da bamm, da bum, bum, bum. Martin Luther war ein Christ, ein glaubensstarker Mann, weil heute sein Geburtstag ist, zünd ich mein Lichtlein an. Und sing ein Lied aus alten Rauch aus voller Brüste heraus, so singend zog Martinus auch als Kind von Haus zu Haus. Wollt ihr hier? Wir wollen auch Bonbons. Wir wollen Bonbons. Wir wollen Bonbons. Warum wollt ihr Bonbons? Ja, weil wir keine Bonbons wollen. Wir haben Hunger. Weil wir es können. Wir haben aber keine Bonbons mehr. Dann müsst ihr Bonbons holen. Hä, gehen wir uns knacken. Süßes oder saures? Ja. Ja. Seid ihr süßes und seid ihr euch denn saures? Nein, das ist verkehrt. Wenn ich euch Süßes gebe, dann müsst ihr mir ja auch Gutes tun. Ja, okay. Aber erst wollen wir die Ware. Ihr wollt erst die Ware. Genau. Gute Ware haben. Was wollt ihr denn für Ware haben? Ist egal. Irgendwelche Ware. Gute Ware. Gute Ware. Gute Ware. Schwarzmarkt. Ich hab aber nur noch Haschtabletten da. Ja, 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 ja. Gute Ware. Gute Ware. Gute Ware. Gut, dann kriegt ihr jetzt Haschtabletten. Da ist für jeden eine Haschtablette in der Kiste. Aber ihr seid ja blind. Ihr seht ja gar nicht. Doch, wir sehen wir. Ja, dann guckt mal, ob er da eine Haschtablette findet. Haschtabletten. Haschtabletten. Hasch, Hasch, Aiwai. Martinus Lotta war ein Christ, ein glaubensstarker Mann. Weil heute sein Geburtstag ist, zünd ich mein Lichtlein an. Und sing ein Lied aus Altenbrau, aus Hollerwurst heraus. So singen so Martinus auch als Kind von Haus zu Haus. Dam, 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 Dam. Kadam, Dam. oser, mit D 직접 theyinem Lied. Wimpped ich doch mal ja. Vielen Dank.